Und willkommen wieder zurück zu Skyrim. Cool, hier liegt einfach so ein Zaubertrank um. Und ich sehe hier irgendwas in der Nähe. Das würde ich gerne nochmal kurz entdecken, bevor ich... Obwohl, kann ich mal auf die Karte gucken? Karte, zeige sie mir. Ich bin gerade da und... Achso, das sind die Wächtersteine. Ja, dann würde ich gerne aber das andere etwas sehen. Was gerade auf den... Cool, wie weit ist... Ah, wie weit ist das weg? Okay, ich sehe es nicht. Das bedeutet, es wird wahrscheinlich lohnend sein, das zu entdecken. Hoffe ich mal. Lauf, 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 lauf. Boah, irgendwie sieht das... Auf meinem Kontrollmonitor. Also auf meinem zweiten Bildschirm. Kurz gesagt. Aua! Was fällt hier ein? Nein, ich möchte dich nicht. Ziemlich ruckelig aus. Naja, ich glaube, ich muss dabei noch arbeiten. So. Ab durch den Wasserfall. Dann hier nach oben. Zu den... Ich glaube, es ist das Minenzeichen. Sieht auf jeden Fall schon so aus. Uah! Hm. Au! Stöhne ich so rum. Du hast mich angegriffen. Du bist selber schuld. So. Und du hast Gold dabei. Also lohnt es sich, dich zu töten. So. Die Mine werde ich jetzt auf jeden Fall nicht machen. Ich werde jetzt erstmal, da ich diese Mine entdeckt habe... Ja, ich habe sie entdeckt. Gut. Zurück zur Drachenfeste reisen. Und gucken, was ich da machen kann. Denn... Ich würde gerne mal wissen, wie das mit den Pferden ist. Ob man irgendwas mit den Pferden machen kann. Hm. Egal. Erstmal mein Zeug wegstecken. Diese Graumähnen sollen verdammt sein. Wenn sie die Sturmhäntel unterstützen wollen, kriegen sie, was sie verdienen. Ach, das war doch Graumähne oder Kampfgeborener. Das war doch dieser Konflikt, der sich hier drinnen... In... Äh... Ffff... Eis... Wasser... White One, oder? White One? Müsste White One sein. Früher war ich auch ein Abenteurer. Aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Ja, das ist natürlich bescheuert. Ja, ich... Müsste White One sein. Seht ihr? Diese Begriffe stammen eindeutig aus der ersten oder vielleicht sogar einer noch früheren Ära. Kümmern Sie euch um eure eigenen Angelegenheiten. Kümmern Sie euch um eure eigenen Angelegenheiten. Möglicherweise stammt sie aus der Zeit direkt nach dem Drachenkrieg. Falls... Nein, ich möchte das Ding nicht stellen. Da könnte ich aus späteren Schriften Querverweise zu den Namen erstellen. Ah, der Drachenstein vom Ödsturz Hügelgrab. Ihr seid wohl doch eine Nummer besser als die Rohlinge, die der Jarl mir sonst schickt. Nun hier endet eure Arbeit und meine beginnt. Die Arbeit des Geistes, der man in Himmelsrand so wenig Beachtung schenkt. Meine Geschäftspartnerin hier wird über euer Geschick sehr erfreut sein. Sie hat den Ort entdeckt, wollte mir bisher aber nicht verraten wie. Eure Informationen haben sich also doch als richtig erwiesen. Und wir müssen uns bei unserem Freund hier für ihre Beschaffung bedanken. Ihr seid ins Ödsturz Hügelgrab gegangen und habt das geholt? Nicht schlecht. Schickt mir einfach ein Exemplar, wenn ihr es entziffert habt. Tarengar, ihr müsst sofort kommen. Ein Drache ist ganz in der Nähe gesichtet worden. Ihr solltet auch kommen. Ein Drache, wie spannend. Wo wurde er gesehen? Was hat er getan? Ich an eurer Stelle würde das ein wenig ernster nehmen. Wenn ein Drache Weißlauf angreift, können wir ihn vielleicht nicht aufhalten. Dann mal los. So ein Zauberer. Ein Drache. Wie nett. Lass es uns untersuchen. Egal, wenn es dich dafür gibt. Er kommt vom westlichen Wachtturm? Ja, mein Herr. Sagt ihm, was ihr mir gesagt habt. Über den Drachen. Nun, das ist wahr. Wir haben ihn aus Richtung Süden kommen sehen. Er war so schnell. Schneller als alles, was ich je zuvor gesehen habe. Was macht er? Greift er den Wachtturm an? Nein, mein Fürst. Er kreiste nur in der Luft, als ich floh. Noch nie in meinem Leben bin ich so schnell gerannt. Ich war mir sicher, dass er mich verfolgen würde. Gute Arbeit, Sohn. Wir erledigen den Rest. Geht doch runter zur Kaserne, um etwas zu essen und euch auszuruhen. Ihr habt es euch verdient. Irillet, ihr trommelt besser ein paar Wachen zusammen und marschiert dorthin. Ich habe meinen Männern schon befohlen, sich beim Haupttor zu sammeln. Gut. Enttäuscht mich nicht. Wir haben keine Zeit für Formalitäten. Ich brauche wieder einmal eure Hilfe. Ich möchte, dass ihr Irillet begleitet und ihr helft, gegen diesen Drachen zu kämpfen. Ihr habt Helgen überlebt. Das heißt, ihr habt mehr Erfahrung mit Drachen als alle anderen hier. Aber ich habe nicht vergessen, welchen Dienst ihr mir erwiesen habt, indem ihr Pharengar den Drachenstein besorgt habt. Als Zeichen meiner Anerkennung habe ich Aveniki angewiesen, dass ihr nun dazu befugt seid, hier in der Stadt Eigentum zu erwerben. Und bitte nehmt dieses Geschenk aus meiner persönlichen Waffenkammer entgegen. Ich sollte mitkommen. Ich wollte diesen Drachen nur zu gerne sehen. Nein. Ich kann es mir nicht leisten, euch beide zu verlieren. Ich möchte, dass ihr hier bleibt und darüber nachdenkt, wie wir diese Stadt gegen die Drachen verteidigen können. Wie ihr befehlt. Noch etwas, Irillet. Das ist kein Himmelfahrtskommando. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Keine Sorge, mein Herr. Ich bin die Vorsicht selbst. Das wollen wir doch hoffen. Ich komme einfach mal mit. Aber vorher, was hat er mir gegeben? Ähm, Pelzrüstung, Pelzhelm der Magiker. Der bringt weniger, ist aber mehr wert und steigert die Magiker um 30. Da ich nicht auf Magiker gehen will, ist ihm das schnurrt. Ich beneide euch um die Gelegenheit, diesen Drachen aus der Nähe zu sehen. Ich habe gesehen, dass ihr dem Jarl geholfen habt, wenn nur alle Besucher von Weißlauf so heldenmütig wären. Ja, es ist immer so eine Frage, wenn alle so wären wie ich, dann würde es keine Banditen mehr geben, weil einfach alle Banditen die ganze Zeit abgeschlachtet werden. Äh, es würde keine andere Meinung geben. Juhu! Spring! 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 Wir treffen uns beim Wachtturm, sobald sich die restlichen Männer gesammelt haben. Gut, machen wir. Ich komme einfach mal mit. Ich bin ja immer der, der mitkommt. Diese Graumähnen sollen verdammt sein. Wenn sie die Sturmhändel unterstützen wollen... Lauft doch was schneller, hallo. Also wirklich. Aber ich wollte eigentlich nochmal gucken... Wie ist das mit Hunger oder so? Okay. Wir bringen die Grauen zum Luca. Einmal kurz... Der Dieb. Gut. Das bringt mir jetzt auch nicht viel. Zauberbuch. Der leichte Schutz. Das bringt mir was. Aber jetzt... Was kann ich machen? Nein. Das ist mit meiner Magie. Oh. Oh. Oh, ich fürchte... Ich muss vorher mal zu Talos gehen. Wo war Talos nochmal? Ich meine, Talos wäre hier oben gewesen. Genau. Oh ja, ich bin tatsächlich langsamer. Wie ich langsamer bin. Ja. Dann gib mir Talos. Dann gib mir Talos. So. War das der Sinn? Ja. Cool. Jetzt ist alles weg. Jetzt kann ich auch wieder nochmal laufen. Muss ich zumindest nicht mich ins Bett legen. Aber unsere Ehre gebietet uns gegen ihn zu kämpfen, selbst wenn wir versagen. Dieser Drache bedroht unsere Häuser. Unsere Familien. Könntet ihr euch Nord nennen, wenn ihr vor diesem Monster davonlauft? Soll ich allein gegen dieses Ding kämpfen? Mach das mal. Nein, gleich Mause tot. Aber hier geht es um mehr als unsere Ehre. Denkt nur, das ist der erste Drache, der seit dem letzten Zeitalter in Himmelsrand gesichtet wurde. Uns gehört die Ehre ihn zu töten, wenn ihr dabei seid. Und, was sagt ihr? Sollen wir einen Drachen töten? Ja, ganz genau. Rücken wir aus. Gut, lasst uns einen Drachen töten. Ist ja sonst nichts Schwierigeres. Öffnen. Vor allem in der Dunkelheit. Macht ja sehr viel Spaß dann. Komm, lauf was schneller. Na? Komm. Ähm. Ja, ich sollte vielleicht nochmal hier kurz speichern. Ah. Real Stufe 4. Ja. Denn... Ich bin in meinem anderen Spielstand bis hier irgendwo hingekommen. Und ich weiß, dass ich hier ordentlich verkackt habe, diesen Drachen zu besiegen. Es kann natürlich auch sein, dass ich das nur, dass das nur passiert ist, weil ich so scheiße bin. Es kann natürlich aber auch was anderes sein. Hier könnt ihr viele schöne Dinge finden, Freund. Gut. Ich gucke mir gleich dann mal die Karawane an. Das wäre vielleicht auch nochmal was. Was ist denn das? Nur so ein billiges Sch... Was war das? Nichts Nettes. Komm, lauf was schneller. Oh. Ja. Kein Drache weit und breit. Aber es sieht aus, als wäre er hier gewesen. Es sieht schlecht aus. Aber wir müssen herausbekommen, was geschehen ist. Und ob der Drache sich hier noch davon abhält. Ja, ich lauf einfach mal hier durch, ne? Ja, und ich habe einen westlichen Wachturm entdeckt. Wie schön. Nein, zurück! Er ist hier immer noch irgendwo. Hopi und Thor hat es gerade erwischt, als sie fliehen wollten. Oh. Da kommt er. Geht in Deckung. Und lasst jeden Pfeil ins Schwarze treffen. Wo ist denn denn? Was war das? Oh, da kommt er. Oh, da kommt er. Ah. Ah. Wo ist denn? Wie soll ich die denn treffen? Ach, er sieht mich. Also kann ich keinen doppelten Schaden wirken. Schade. So. Kommt zurück. Verdammt, wieso seh ich dich nicht? Ne. Ich kann den so einfach nicht treffen. Aua! Hilfe! Wow! Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier! Nein! Ich bin tot! Scheiße! Wie schnell ging das denn? Das ist ja jetzt wirklich scheiße. Ja, ich würde sagen, äh... Scheiße. Na gut, dass ich hier gespeichert habe. Ich hätte aber noch was später speichern können, auf jeden Fall. Das ist jetzt etwas, etwas ziemlich dumm gewesen. Naja, ähm... Komm mit! Verdammt nochmal, wieso läufst du hier durch so... ...bescheuert... ...leinwärts? Ich möchte doch nur zum Wachtturm. Ich laufe mal schon mal was vor, ne? Und dann, äh... ...ääh... 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 Ich laufe bis hier hin. Und ich werde dann einfach hier mal wieder speichern. Zack. Schreiben ja. Und ich würde dann auch sagen, ähm... ...das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!